Also, wir sind die Landstufe dabei, an sich im Lernstein, wir sind ein privatesit, vorreichend mit circa 15 Mitarbeitern. Ausschenken tun wir heute, frisch gezocktes Bernsteinbier. Bernsteinbier deswegen, weil in dem Bier eine größere Menge an Röstmalz enthalten ist, deswegen gibt es Bernsteinfarbe. Und das Zwickelbier, Zwickelbier, heißt deswegen Zwickelbier, so nennt man den Ablassag vom Fass, deswegen Zwickel. Der Power Ei-Sprache hat sich statt Zwickel. Zwickel ist ein unfiltriertes Pilz, heißt die ganzen Inhaltsstoffe sind neu enthalten, die Vitamine, Eiweiße, deswegen unfiltriert und deswegen die trübe Farbe von dem Bier. Unter anderem dafür haben wir noch Editionsbier, wie das Historienturm Oma Gerwig, das Alten- und das Schwanzbier. Editionsbier deshalb, weil diese Biere in der Unichargen nun hergestellt sind und halt so mit vom Fass erhältlich. Dann natürlich unsere Kraftbiere, haben wir dabei das Historienturm Oma Gerwig, das Martinato Cognac und das Dardbier. Martinato Cognac, der eine gewisse Menge an der Schlüssel vom Cognac-Fass beigeben, die geben dann halt dieses Aroma, das Cognac-Aroma.